die Leute was geht heute zu einem Video und ja wir werden heute wieder Bus machen ja das ist bei euch ob dies so gut angekommen ist ich weiß es nicht das ist wieder wenn ich es auf dem Rad noch heute Morgen beim Mittag hochladen wollen wir nicht ja weiß ich nicht ich hab's ja gemacht ähm auf geht's da müsste passen ja 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 ach ey wo vor ich denn noch mal hin nach Braunschweig richtig ich würde gern ein Ticket kaufen ach ne 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 dann bitte für eine Braunschweig Ciao Guten Tag Sie wollen bestimmt mein Ticket auf geht's ja kommen wir doch fast alle mit dabei ich hoffe ich bin hier richtig moin ich hoffe ich bin hier richtig es kommt euch jeder mit ich bin hier ich bin spielerente es geht es geht ja ihr hüpft direkt an ja ich bin da ja oh ich brauch ihr braucht doch nicht hüpfen ja ich kenne Taxifahrer die besser fahren als sie ja ja dann lass uns los machen hinten sitzt jemand ach ja stimmt so kann ich nochmal zoomen äh ich meine Schuld das war auch nicht meine Schuld genau so wie das ja ich hoffe wir werden heute erst mal in meiner Radkarriere hier ankommen ja ihr wisst vom letzten Mal nicht so erfolgreich angekommen Stichwort Bus über die Autobahn geflogen unterm Kopf ja ich kenne Taxifahrer die besser fahren als sie so tschüss so tschüss Marevidaci 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 Jungs Mann Mach mal Platz ich muss jetzt durch musst mich beeilen Dann setze ich mich mal zurück habt ihr da vorn ja ha ist weg so um 19 Uhr dieser Mann in Wolfsburg ich habe sie so nun so nun bis heute noch nie ein Grund ist aus dem Video und aus dem letzten Video entlang steuern das nicht besser als ich diesmal auch umsetzen also ich versuche mich schon gesagt was geht denn hier was hier abgeht ich weiß auch nicht ich baue ein paar Unfälle paar ganz kleine ich zerschrotte heute nur ein paar Autos BAM nein kacke was sollen diese Schlangenlinien Kaka das liebte wir haben diesen so schöne Bäume dann eine schöne Sonne ja dann lass uns ein bisschen fahren wo ein so wenn ich mich gerade etwas schlechter verstehe mein PC ist gerade gefühlt an Rennen wegen dieser Grafik 2 sollte man nicht gut 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 gute Qualität hören ja ich hoffe ich muss das mal sauber ankommen ja er sagt schon wieder da warum fahren wir Slalom ja warum wir Slalom fahren ja gute Frage verantworte ich irgendwann in den nächsten 50 Jahren mein Nagel ist angerissen da sind so viele Fans wo der Haustür stehen da kann ich nicht jede Frage beantworten ja hier sind schöne Blumen ja wie gehts reißt du hui 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 ey ich hab mir gerade das letzte Video anguckt das letzte Bus Simulator Video ne ey ich sag so Handy am Steuer ist nicht gut zwei Sekunden später ich sag ich hab ne neue ich will hier raus Perfekt ja ich will hier auch raus oh ich muss hier rechts ach egal fast ich wusste gar nicht dass wir hier Rally fahren ja ich auch nicht hab ich kurz so spontan mal entschieden dass wir Rally fahren ja nur noch 39 Kilometer ja mit dem Nothra sei das wer wird Gewinnen Natürlich der Bus Was war das? Weg mit dir Komm, komm, komm Ach nö Ach nö Ach nö Bitte sind wir auf der richtigen Seite Bitte Wir sind auf der Auf der richtigen Seite Hey Ente So Lass uns mal wieder losfahren Gewischt Du mit deiner Brille Ja, also bis jetzt Ist eigentlich ganz entspann Äh, wir hätten hier runter müssen Okay, warte, ich drehe hier mal kurz Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn Nein, ist viel schöner Das Wildwasserbahn nur, dass man nicht nass wird Das ist Luxus, oh man Wie kann man diese Diesen Modus Wie kann man diese Diesen Modus Wie kann man diesen Modus wechseln Ich drück jetzt gerade, oh So Zwei Zwei Ja, so So Ja, perfekt Kein Alkohol am Steuer Kein Alkohol am Steuer Kein Alkohol am Steuer Was trinkt eigentlich von mir So ein Audi BAM Bam, nein Och ey, ich hab die ganze Stau verursacht Wait So Ich mach mal den Ruf Fakt mir hin Doch Fakt mir hin Fakt mich Ich steh Das andere Flugsbus Das ist schlimmer als in einer Wetterbahn Moin Moin, ich bin hier drüber Siehst du mich Also Jungs, ihr könnt schon wieder fahren, ne? So. Ich glaube, ich bin in Folge Entebaut, Stau, auf der Autobahn. Weiß irgendjemand, auf welcher Autobahn wir fahren? Ich kenne mich auf der Autobahn gar nicht aus. Was fährst du einfach so an? Warte mal, heute, wo ich das aufnehme, ist... Mittwoch! Habe ich noch Donnerstag und Freitag Zeit vorzuproduzieren? Ja, gut, das ziehe ich morgen noch mal ein bisschen vor. Wir sind jetzt gerade mit dem Mittwoch an. Wir sehen auch den Wald vor leuter Bäumen nicht, nicht wahr? Hm-hm. So. Wir fahre nach Braunschweig. Braunschweig, nicht krasse Fußballfans? Ich weiß gar nicht. Ich will hier raus! Ich will hier auch raus. Aber du hast leider schon das Ticket gebucht. Warte. Verbremsung. Ja, ja, ich weiß, wir rufen das Mild auch hier raus. Okay. Ähm, egal. Egal. Ich muss jetzt einfach weiterfahren. So. So, eigentlich schaut es gerade draußen. Soll ich mal komplett ins Mikro schreien? Aaaaaaah! Ich hab ein Mikro gerade im Mund genommen. Vielleicht hab ich das mal mehr. Sie sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Oh, mein Navi. Kenn ich gar nicht. Ich kenn kein Navi. Das ist nur was für Loser. Warte, wo ist noch mal mein Navi? Ach, ich bin hier gar nicht in England. Mein Nagel ist angerissen. Ey, aus dem Leben hab ich den rausgefeuert. Komm, komm, komm. Der wird auch was. Okay, ich feier die jetzt alle aus dem Leben. Ist das hier so kurz, oder fährt er wie ein Geklopter? Oh, es ging mich gefahren und einfach weg. Tod. Das ist für schwere Umfahrung. Wenn sich noch mal mit zwei Personen verletzt. Die 19 Euro kostet das? Hamburg lebt sich. Oh, was das? Komm, ich batz dich um. Batz. Ich hab Pech gehabt. Wenn du mit Enter auf der... um und straßen und entgegen ist nun warum auch nur noch hundert neun ich sie brauche jetzt ist man braunschweig ist das braunschweig um oder warum fahren wir so nun 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 und man und Ey, warte, wie lange geht die Aufnahme?